Herzlich Willkommen zu einem Minecraft Mini Spielen Folge sonst so was mit Philipp und Tami und hier mit Philipp, Philipp und Tami oder Philipp, Tami und Philipp hallo hallo so bist du dann wenn wir mal aufnehmen oder was Korki wird mir sagen wir spielen heute hier Speed Builders auf Mainplex und müssen hier so schnell wie möglich versuchen was nachzubauen was hier angezeigt wird so ist der letzte Blockierung war der Pinkel ganz in der Ecke scheiße ich glaube ich habe gute Fahrt durch diese Anmigration habe ich nicht aufgepasst was ich machen muss ich habe den gelben auch weil zweitig wird durch die Welt durch also ich denke ich fliege jetzt raus ich habe den kompletten gelben Block falsch gebraucht was hat denn der andere gemacht ich sehe es nicht ich auch nicht ich sehe nur einen ich sehe auch gar nicht im Block okay eine hübsche Pyramide so hier kannst du mal ein bisschen auf Schnelligkeit drauf an hallo wie fehlt ein Block jetzt so okay wo sind die andere ach da sind die anderen zwei ach komm doch mal Tami wird schneller bauen dann ich habe die ja ich hab eine nie 10er 4 4 4 4 4 4 Ja ja! Du die eine Reihe Bäume wieder! Oh Mann! Oh Mann! Wie war das mit Aufnahmen? Spiel ich besser? Hab ich nicht gesagt, ich hab was anderes zu sagen, dass ich besser spiele! Oh, das hab ich schon gedacht! Du schonmal denkst du! Jetzt kannst du ja helfen! Nee, danke! Wenn ich ihn verloren habe, dann helfe ich euch nicht! Ja! Oh Mann, das machst du fein! Schön im Kreisbord! Fein! Perfekt! Ja! Oh ja! Ich sag der halt und... Stimmt, Franz hat's genau geschafft! Das sind alle du... Doch, der an der Mitte hat's geschafft! Jaaaaaaah! Oh Mann! Das blaue Orchidee! Seht nicht immer anders aus! Nein! Äh... Scheiße! Unglaublich war das! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Das hab ich selbst nicht gekriegt! Ich wusste, dass da irgendwo da rangehört! Also hab ich hier einfach zum Schluss einfach rangemacht! Irgendwo! Ne, jetzt falsch ist es egal! Wegfalle Moroschi-Welt, du weißt! Eigentlich sollte das nicht passieren! Oh Mann! Oh Mann! Meine Ernst! Oh, doch cool! Warte mal, die anderen beiden keine weiße Füße! Wo waren denn die weiße Zoffengründe? Oben, als Zörner! Achja, Scheiße! Ah, fuck! Fuck! Aaaaaaah! 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 83%! Aaaaaah! Aaaaaah! Ich hatte erst weiße Füße gemacht! Ich dachte, das sieht schon aus! Aaaaaah! 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 Okay, das ist immer das gleiche! Aaaaaah! 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 Das ist echt kompliziert, ey! Aaaaaah! 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 Aaaaaaa! Hier oben, ganz oben, gehört einmal ein Pieck. Ah, das Pieck. Ach, das kotzt mich an, dann würde ich jetzt durch die Welt fallen. Hattest du doch sonst nie die ganze Zeit? Wir beide wieder um die Wette. Hä? Moment. Warte, jetzt heute. Hä? Ist das richtig? Hä, was ist denn hier falsch? Was ist denn hier? Meinst du es doch richtig? Nein, ihr habt falsch gebaut, ihr habt es doch zu lang gebaut. Hä, meinst du es doch richtig? Ja, zu lang. Auch zu lang. Hä? Er hat diesmal nichts gesagt. Ist bei mir auch nicht. Aber ich habe trotzdem nur 96%. Ja, da waren wir zur nächsten Runde. So, und weiter geht's. Wanne, wanne, hey. Noch mal eine Saison. Ja, ich glaube es. Ja. Norwegische Flagge. Der erste verlassen uns. Okay, sollte zu machen sein. Fertig. Ah, wo ist Tami? Da hinten. Ist ja keine Baufehler. Sehr gut. Der hat einen kleinen Fehler in seiner Flagge drinnen. Ja, zum Glück fangen sie gleich raus. Ja, weiß Rohr, da hat er irgendwie verwechselt. Ja, äh. Stimmt. Das ist mein Glück, das hätte ich raus gewesen. Wie, wie habt ihr das? Wie soll man das denn machen? Nimm die, muss die, äh, Grasblöcke dafür. Grasblöcke. Und die Grasblöcke schön symmetrisch bauen. Links, rechts, mittel. Ja. Ich hab mich erst gefragt, wie man das machen soll. Ja, oben hin basteln. Boah, hast du auch gerade noch geschafft, ey. Ja, es waren noch 12 Sekunden. Ja, jetzt haben die meine. Es waren aber noch 12 Sekunden. Ich bin jetzt gelaufen. Ich bin jetzt gelaufen. Ja, von der. Ja, woherマst du? Ja, da. Ja, da. Ja, da, ja. Ja, da, ja. Ja, da, ja, da, ja. Ja, da, ja. Ja, da, ja. Äh, scheiße. Ich bin nur der Spindel. Da wusste ich nicht ganz genau, wo das hin sollte. Ich wusste mal, wo die Kiste und der Spindel dazu kommt. Das wusste ich nicht. Du hast die Kiste falsch gesetzt. Hä? Jetzt musst du den Link sehen, wohin. Warm, iglu. Ist da irgendwas drin? Ja, brauche ich mal. Beim Schirm genau in der Mitte und dann schön außen rüber. So. Ne, das war falsch. Weiß nur nicht mehr, wie mein war. Weiß nur nicht mehr, wie mein war. Ich hab vorne den Eingang vergessen. Ja, den Eingang da. Den hab ich einvergessen. 44% bloß. 94%. Oh, Philipp ist raus. Oh, ich weiß. Eine Runde, oh, Philipp. Oh, ich weiß. Ne, das ist das Pech der Aufnahme. Ich weiß, wie das ist. Das ist immer so. Guck mal, was Philipp zuhör. Gehen jetzt alle Augen auf Philipp. Wenn Philipp raus ist. Hör nicht auf mich. Das mag ich nicht. Du musst innen schon komplett ausfüllen. Ja. Aber das ist hier, damit ich auch weiß, wo ich ihn baue. Ey. Ja, aber so tust du unnötig hin- und herwechseln von diesen einzelnen Gegenständen morgen. Ey. Und dein letzte Wunsch hat das auch geschafft. Das hab ich letztens verkackt. Rot. Orang. Gelb. Grün. Ja, wenn du es eh in der Reihenfolge kommst, kannst du doch gleich die ganze Reihe machen. Immer. Ja. Ich hab's alle so angefangen. Was ist? Was ist? Ja, ne erschrecken, weitermachen. Ich finde, wenn ich es alles schaffen sollte, immer das langsamste rausfliegen wollen. Was war das wohl in der Reihenfolge? Was war das wohl in der Reihenfolge? Komisch wird sonst was immer erster und jetzt, ne? Nehm ich auf, wie ich ihn mal ausfüllen. Komisch wird sonst was immer erster und jetzt, ne? Nehm ich auf, wie ich ihn mal ausfüllen. Ne, ich wollte Flip jetzt auch mal ne Chance lassen. Ausrede. Ob er es noch schafft, der hinten? Nein, hat er nicht geschafft. Einer ist hoch, einer ist hoch. Ah, ihm fehlt eine Kiste. Eine Kiste fehlt. Eine Kiste? Ernsthaft? Ich bin gelaufen. Na, da kann ich nicht mehr auf die Kiste drauf stellen. Du musst dich gar nicht mehr bewegen. Großartig. Wann das Pienen? Ne, eine Kabel. Hahaha. Dieses Sprinken, das... Ich weiß nicht, von allen Zuschauern, ob das noch jemand sich daran erinnert. Das hat man auch schon mal gehabt, wie man da nicht springen konnte. Und nie fliegen. Nein, das ist falsch. Scheißegal, ist der Creeper. Kann ich falsch. Scheißegal. Ich hab den Creeper falsch gesetzt. Nein. Stimmt. Eins zu weit, nach links war der. Du hast recht. Mist. Mist, Mist. Wir gucken uns trotzdem mal eine Schultern hier an. Ja. Wer von den beiden jetzt hier verkacken wird. Vielleicht ist es auch keiner von den beiden. Vielleicht ist es auch keiner von den beiden. Auf jeden Fall bauen sie auch noch. Das einer von beiden fliegt draus. Ja. Sie bauen nicht gleich. Ich. Boah, er hat sich grad nach einem Unentschieden. Hatte er abgeguckt? Den hat er direkt im Lauf. Bäh. Ist er doch noch geschafft oder was? Hat er noch geschafft. Das hat eigentlich sein. Bei dem hab ich immer verkackt. Ein Flugzeug. Bei dem hab ich immer verkackt. Ich hab noch nie so lange zugeguckt in dem Spiel. So, er muss immer mitmachen. Ja. Normalerweise stehe ich im Finale. Eigentlich. Und wir haben einen Sieger. Bis wir es nicht werfen können. Der hier. Ja. Bibi hat gewonnen. Bibi hat gewonnen. Der Clown. Das ist der Clown. Und weiter geht's jo. Mit dem lustigen Baum. Einfach ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Ist trotzdem falsch Tami. Der 6, der 6, blieb mal ganz schnell hoch, mach mal die 2 von rechts nach links. 5. Aber eh nachher, also weniger. Die Frage, ob jetzt weniger schlechter ist als falsch. Ja, nur 2 falsch. Ich hoffe, da verdreht wieder jemand. Du baust einfach schnell auf diesmal. Du weißt ja, was ihm es geht. Ja Tami, noch 10 Sekunden, das schaffste. Das geht schon. Übrigens hat einer was verdreht. Und zwar der an dem Tür. Der Clown, das ist der gleiche von vorhin. Ja, aber dahinten ist einer, der ist noch nicht fertig und da auch. Was hat denn der aus? Wie schafft man denn die Blöcke so zu setzen als erstes? Nur Luft sitzen ist doch viel anstrengender als erstmal nur jede Reihe zu machen. Ja, mach die erste Reihe auch mal. Der Baum ist in der Mitte, ne? Ja. Also, das geht immer wieder. akhir. Tami, saubere Leistung. Ne, ist richtig gebaut Philipp, du musst den Bauch noch bauen. Wo? In der Mitte. Das ist nicht die Mitte. Du legst hier drei Stunden was falsch gebaut und einfach bis zur Sitten. Englische Frage. Fio, Fio oder Musi? Fio, Fio? Musi, Fio, Fio. Musi, Fio, Fio, Fio. Musi, Fio, 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 Fio. Nein, ich bin nicht schon wieder durch die... Die Krone, die ist immer hohl. 2 Reihen. Hey, 2 Reihen. Was? 2 Reihen. 3 Reihen. Nein, nicht eine Reihe. Nein, noch eine Reihe drauf. 3 Reihen. Bitte noch eine Reihe drauf. 3 Reihen. 1 Reihen. 3 Reihen. 2 Reihen. Wie konkretiert. Das hat mich doch einfach nicht voll mit dem Müll. Boah. Das ist wieder eine. Schön symmetrisch und von innen einfach mit Gold ausbauen. Aber weißt du, wenn der von ganz unten auch mit Gold ist? Hey, ich denke mal, du meinst mal. Und ich weiß nicht, wie es obendrauf aussah. Obendrauf haben wir sehen. Komplette Aufsteigen. Komplette Aufsteigen. Komplette Aufsteigen. Gut, das heißt also, hier unten auch. gemeldet neben dem Wettbegriff. Nein! Aha. Der andere hat auch das Gelbe nicht ausgemacht. Bis ungefähr. Du siehst halt nur die Blöcke, die du nicht siehst. Gibt Sinn, ne? So, jetzt gewinne ich noch mal. Auch was hast du dabei. Wahrscheinlich. Ich denke, das werden die aufschöpfen. Der andere baut es falsch. Der baut das Geld wirklich komplett. Der klar baut es falsch. Das ist doch doof, ne? Das hast du bestimmt scheiße. Die anderen haben es auch noch gemacht. Ja, ist natürlich noch genug Zeit, ne? Ja, er hat auch abgekommen. Nach dir wieder, ja, ich gehe nicht. Das ist doch immer mit dem Zaun oder was? Das ist ne Glasscheibe. Ja, aber ich könnte das nicht so hoch bauen. Einfach drauf springen. Vielleicht nur so ein scheiß Pürbis. Der Linkste ist raus. Von dir. Wir finden zwei Knöpfe. Hast du übernacht die Knöpfe? Ja, die Knöpfe fehlen noch bei mir. Zwei Stück. Bei dem anderen aber auch, vom Bett. Auch bitte nicht Fungepop. Das kann sie aber langsam. Nähe. Der Bett verschwindet er ja zurück ganz näher. Halt. Was? Halt, mal was. Dann kam es unten bei den Hame. Ha, doch geschafft. Komm, seid doof. Seid doof. Schaut das nicht. Ach, schaubter oder? Das war's für die erste Folge, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss.